Oh, schade. Alles verschoben. Oh ja. Das ist so spannend, du. 50 Freiburgler, ne? Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das ist toll. So, jetzt kann man was machen, hier. Ich muss gleich mal Pause machen. Ich habe nur 10 Minuten. Okay, jetzt geht es weiter zum 20-20. Ist gut, oder? Ja. Untersparen, ja. Erste Runde gut geschafft. Nochmal. Oh, nein. Das Fatschachter haben wir jetzt nicht. Nochmal, komm. Oh, es ist gemein. Zweimal hier zu beiden. Das Fatschachter haben wir jetzt nicht.